Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 und wir spielen weiter im Karrieremodus. Und ja, ähm, wir haben die Wintertransferperiode hinter uns gebracht und haben uns Danilo gesichert. La Cassette hat leider nicht geklappt, den wollte ich auch sehr gerne haben. Aber gut, damit können wir erstmal leben. Wir machen jetzt erstmal weiter. Wir haben ja auf Profi umgestellt. Und es läuft jetzt mittlerweile sehr gut, nachdem die ersten Spiele wirklich sehr schwerfällig liefen, läuft es jetzt richtig Bombe. Und ja, wir stellen hier nochmal was um. Wir nehmen mal den Sarné mit und den Kumont. Und wenn wir noch irgendwas machen, da können wir auch einfach, da müssen wir nicht immer den... Ähm, Quatsch. Wir müssen nicht immer den Pogba rausnehmen. Wir können auch mal den Vidal rausnehmen. Und in der Innenverteidigung darf man wieder der Martinez ran. Und Danilo ist noch nicht fest eingeplant in der Startelf. Ich habe ihn im letzten Spiel spielen lassen. Falls ihr das sehen wollt, dann guckt euch einfach die letzte Folge an. Aber, ähm, Lahm ist halt doch noch sechs Punkte besser. Also werde ich jetzt den nicht direkt komplett austauschen. Ich werde jetzt erstmal versuchen, äh, Lahm noch bis zum Ende seiner Karriere spielen zu lassen. Und dann kommt Danilo irgendwann. Ne? Und jetzt geht's gegen Leverkusen. Das ist mal wieder ein stärkerer Gegner. Aber... Auch gegen... Schalke konnten wir uns schon auf Profi durchsetzen. Also bin ich da relativ optimistisch, dass wir das hier auch entbringen. Oh, guter Ball von Müller. Guter Ball. Und das ist der erste Eckball. Jo. Ist der Alava wieder hierher gelaufen? Jo, das gibt einen guten Freistoß. Das gibt einen richtig guten Freistoß. Und gelb sogar auch noch. Nächste Ecke. Jetzt machen wir hier den. Kumon. Aber der Schuss war... grauenhaft. Ja, nichts mit Zeitspiel hier schon, gleich zu Beginn. Perfekt. Oh, das war gut gemacht von, äh, wie heißt er nochmal? Julian Brand, glaube ich, war das. Aber... Hat er dann doch gefoult, anscheinend. Oh, ich wollte den anderen. Ich wollte hier den... Wer stand da hinten, weiß ich nicht. Aber den wollte ich eigentlich anspielen. Zu doll. Ach, da war schon wieder jemand dran. Gehen wir jetzt hier diesmal über die Seite mit Leroy Sané. Und da gibt's Elfmeter. Elfmeter, ganz klare Nummer. Die Profi, ähm, Computer neigen dazu, Elfmeter zu verursachen. Das Problem dabei ist nur, dass ich neige, Elfmeter zu verschießen. Oder dazu neige, Elfmeter zu verschießen. Die letzten... Von den letzten... Drei habe ich zwei verschossen. Oh. Die letzten zwei wurden gehalten, diesmal habe ich ihn komplett daneben gesammelt. Oh mein Gott, Alter. Was ist denn los? Diesmal war ich zu optimistisch. Ich wollte ihn zu weit unten in die Ecke setzen. Aber egal, wir werden schon noch unsere Chancen kriegen. Alter, schon wieder richtig weggesammelt, ey. Das muss doch... Das zieht keine Karte. Ich hätte ihm locker gelb gegeben. Das war ja mal richtig dreist. Ja, komm, ey. Pogba macht zwar nur ein Salto, weil er ihn so umhaut, aber macht ja nix. Das nervt mich, dass ich schon wieder ein Elfmeter verschossen habe, ne? Das nervt mich richtig. Nee, gib mir den Ball. Ja, war gut gemacht. Kein Elfmeter. Alles sauber. Aber trotzdem gefällt mir das Spiel jetzt gerade nicht, was das für einen Lauf nimmt. Wie kann man den denn von da zur Ecke köpfen? Boah, wenn ich den Steilpass hinbekommen hätte auf Kumon, dann wäre er so gut wie durch gewesen. Was denn? Was denn? Ich hab doch nichts gemacht! Gehalten. Wenigstens ausgleichende Gerechtigkeit, ey. So, das Spiel passt mir bisher gar nicht. Ich hoffe, ich kann das jetzt in der zweiten Halbzeit besser machen. Ey, wenn die immer so dumm rumspielen. Die sollen mir den Ball geben. Gebt mir den Ball! Oh Mann, ey, jetzt fang ich mir auch noch fast das Gegentor. Ich glaub das nicht. Klar, ich verliere einfach so gegen Kramer den Ball, Alter. Das ist Pogba. Ich bin ja auch nur Pogba. Das wäre, wenn der den Ball gegen Kramer verlieren würde, ey. Vor allem so einfach. Das war alles in Ordnung. Erzal Müller hat ihn. Da ist es! Da ist es! Das 1-0! Geil! Guck mal, wie Müller sich wieder durchsetzt hier. Gegen alle. Den ersten hält er noch und den zweiten nicht mehr. Müller ist richtig gut in dem Spiel, ne? Das ist wie in echt. Er läuft zwar komisch und es sieht alles komisch aus. Und man hat das Gefühl, er kann nicht drippeln. Aber er kann's. Guck mal, wie der Müller. Ah, das war von mir falsch gelaufen. Aber er holt ihn sich zurück. Was? Was denn? Was denn? Achso. Ich soll gefoult haben. Das glaube ich nicht. Müller schlittert einfach da lang. Da braucht ja keiner irgendwas machen. Oh, da konnte Müller sich nicht durchsetzen. Ich glaube gegen Toprak. Das war natürlich ein richtig schlechter Ball von mir. Dass der am Abseits ist, das war jetzt keine große Überraschung. Oh, richtig starker Ball von Alaba. Oh, und er hält ihn. Schade, ich dachte, ich kann noch einen Elfmeter provozieren. Ja, geh doch noch weiter nach außen. Oh, da ist Kumon. Kumon ist durch. Und wieder. Wieder hält er ihn. Ein richtig starkes Spiel von Leno. Eigentlich mit der Variante, mit der ich immer treffe. Wenn ich aufs kurze Eck gerade drauf zulaufe und dann einfach voll abziehe, hat er zweimal halten können. Und Ecke. Ich glaube, ich habe... Der hat den Leno einfach relativ früh beide Male rausgeholt. Oh, Mann. War noch jemand dran? Okay. Und da haben wir das. 2-0. Jetzt hat Kumon es aber gemacht. Nachdem er jetzt die ganze Zeit schon da drum gekämpft hat, mal ein Tor zu machen oder ihn rein zu semmeln, hat er es jetzt gemacht. 2-0. Auch gegen Leverkusen bleiben wir. Bleiben wir erfolgreich. Bam. Sauber. Perfekt. Perfekt. Kingsley Kuhmann ist auch Man of the Match gewesen. Wir schaffen es immer noch nicht gegen Spielstärke pro wie mehr Ballbesitz zu haben. Immer 49, 48. Aber egal. Hauptsache gewonnen. Hauptsache gewonnen. Ne? Und... Ja. Das war es auch eigentlich schon mit dieser Folge. Wir können eben noch mal das Jugendtraining durchziehen. Habe ich jetzt die letzten Folgen, glaube ich, ein bisschen verpeilt. Ich glaube, wir können auch den, den, ähm... Huch, was mache ich denn da? Sorry. Das war ein bisschen schlau. Eigentlich so jeder mal und nicht... Jetzt nur... Nur Sahne. Oh, Danilo. Können wir auch noch mal trainieren. Oh, dann simulieren wir wieder. Gucken, ob sich wieder jemand verbessert. Ah, steigt keiner auf, aber es geht immer weiter vorwärts. Und, ja. Das war es dann auch schon mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht es wieder zum Pokal gegen Mainz 05. Das könnte wieder spannend werden, denn gegen Profi ist es halt alles nicht... Kein 100% sicherer Sieg. Und bis dahin sage ich erstmal Ciao. Bis zur nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, Abo, Kommentar oder Daumen. Gerne gesehen. Bis zur nächsten Folge.